Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmannwetter an diesem Donnerstag. Wir schauen Richtung Wochenende und da geht es ja jetzt für viele mit diesem schönen sonnigen Winterwetter zu Ende. Da werden wir drauf schauen und dann blicken wir in die nächste Woche und da gibt es ein richtiges Winterrätsel. Was für ein Gerangel der Luftmassen mit einer immer wahrscheinlich werden dann Luftmassengrenze mit unterkräftigen Schneefällen, die möglich sind. Aber halt auch noch vielen Unsicherheiten, vielen Fragezeichen, was da jetzt im Detail in der nächsten Woche passiert. Wir schauen auf den aktuellen Stand der Wettermodelle. Ich habe heute Morgen noch alle 0Z-Läufe abgewartet. Zunächst mal noch ein paar Eindrücke von dem ja momentan noch vielerorts freundlichen Wetter. Da es ja jetzt bald vorbei ist, noch mal ein paar Bilder dazu. Sonniges Wetter gab es gestern auch noch in Hamburg mit diesem schönen Sonnenauf- oder Untergang in dieser klirren, kalten Luft aufgenommen hier von Nevio. Damit ist es allerdings jetzt hier auch vorbei. Dann möchte ich euch mal ein kurzes Video zeigen, was uns Hardy aus Thüringen geschickt hat. Der hat den sogenannten Impemba-Effekt aufgenommen. Ein sehr beeindruckendes, tolles Phänomen, was sich ja die Eigenschaft zur Hilfe machte, dass unter gewissen Bedingungen heißes Wasser schneller gefriert als kaltes Wasser. Und dann gibt es halt diesen tollen Effekt. Ich habe das auch mal ausprobiert letztes Jahr in Schweden. Also es muss schon richtig kalt sein, Temperaturen unter minus 10, besser noch unter minus 15 oder minus 20 Grad. Dann, wenn man das richtig ausführt, so wie Hardy, gibt es halt diese schöne, tolle, diese tollen Aufnahmen. Ja, das jetzt dazu. Wir schauen auf den heutigen Donnerstag. Und da ist ja Einsuppen das Stichwort. Im norddeutschen Tiefland breitet sich diese hochnebelartige Bewölkung immer weiter aus von Norden her. Ja, anfangs nochmal hier und da ein paar Wolkenlücken und dann wird es immer trüber werden. Und das Ganze kommt so allmählich bis in die Landesmitte voran. Und da kann es mal vereinzelt so raus nieseln oder rausgrieseln. Ich habe mal ein Glättezeichen gesetzt. Also lokal kann es mal glatt werden, gerade nach Osten hin. Sonst aber eher meist auch trocken unter diesem Hochnebel. Ja, was haben wir sonst noch in Richtung Süden? Gibt es nochmal den Sonnenschein? Kleine Einschränkung gibt es allerdings. Es hat sich auch in der Nacht recht zäher Nebel und Hochnebel jetzt gebildet. So Oberschwaben, Bodensee, Alpenvorland. Da muss man mal abwarten, ob sich das Ganze im Laufe des Tages auflöst. Kann mitunter auch hier ganztägig trüb bleiben. Ansonsten gibt es nochmal tolles sonniges Winterwetter. Ja, wir sehen bei den Temperaturen. Der Frost hat sich jetzt auch in Richtung Osten schon ein bisschen abgeschwächt. Auch in Thüringen heute nur noch Höchsttemperaturen, so um die minus drei Grad. Auf einigen Nordseeinseln geht es auch hoch bis auf plus vier Grad. Dauerfrostig bleibt es im Süden, vor allen Dingen dann in Bayern. Ja, blicken wir auf die kommende Nacht. Das Ganze kommt noch weiter Richtung Landesmitte voran. Immer noch kann es mal aus dieser trüben Grecke mal ein bisschen raus nieseln oder raus grieseln. Vielleicht habe ich mal das ein oder andere Glättezeichen zu viel gesetzt. Aber naja gut, die Böden sind noch gefroren und wo es halt dann mal raus nieselt oder vielleicht auch Richtung Erzgebirge ein bisschen flockt, da kann es halt auch mal zu Glätte kommen, haben wir ja jetzt in den letzten Tagen auch eher seltener gehabt. Ja, was haben wir noch im Süden? Das ist häufig klar, auch hier kann es mal Nebel geben, aber hier bleibt es halt richtig kalt. Kann auch mal zu strengem Frost kommen von unter minus zehn Grad. Ansonsten die Nacht nicht mehr ganz so kalt, auch im Osten, auch in Thüringen. Frostabschwächung im Vergleich zu den letzten Nächten ganz im Norden auf einigen Inseln auch frostfrei. Ja, blicken wir auf den Freitag, da ist es so, die Tendenz ist klar, das Ganze kommt noch weiter Richtung Süden voran. Also diese trübe, ja feuchte Suppe erreicht dann auch so Franken, Saarland und Hessen. Das heißt auch hier nach anfänglichem Sonnenschein zunehmend stark bewirkt. Und ansonsten ist es halt auch vielerorts neblig, trüb, hochnebelartig bewirkt. Weiterhin mal mit örtlichem Niesel oder Gegriesel, gerade wenn das Ganze mal so an die Berge randrückt. Auch im Erzgebirge in Sachsen können es auch mal leicht flöckeln, also örtliche Glätte weiterhin möglich. Und wir sehen schon in Sachen Sonnenschein wird es halt schwierig werden, da wird wohl kaum was mit dabei sein. Im Süden sieht es noch weiterhin anders aus, aber halt dann schon südliches Bayern und Baden-Württemberg. Hier wiederum örtlicher Nebel, Frühnebel, der, wenn er sich aufgelöst hat, dann zu sonnigem Wetter führt. Ja, wir sehen schon weiterhin, es wird noch ein Ticken milder. Wir sehen auch im Osten dann schon, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, schon so Werte an die Nullgrad, frostfrei. Leichte Plusgrade gibt es im Nordwesten, Richtung Südosten bleibt es entsprechend noch kälter. Wir gucken auf das Wochenende, kurz noch der Blick auf die Wetterlage. Also das Hoch zieht sich immer weiter zurück. Wir kommen in eine nordwestliche Strömung. Damit kommt weiterhin feuchte, aber so nasskalte Luftmassen dann von der Nordsee her zu uns rein. Erste Tiefausläufer werden uns erreichen. Und wir sehen dann schon auf den Wochenendkarten, da ist es dann nicht mehr nur das Neniesel oder Gegriesel, sondern es wird auch dann mal regnen oder Schnee regnen. Gerade im Westen und Nordwesten sehen wir, da sind es die Plusgrade. Da ist es dann eher der Regen. Also diese ungemütliche, nasskalte Geschichte mit häufig starker Bewölkung, leichtem Regen. Nach Osten und Süden oder nach Osten und bis zur Landesmitte auch mal Schnee regnen. Gerade in den höheren Lagen auch mal Schnee mit dabei. Ich habe weiterhin mal die Glättezeichen gesetzt. Gerade so in einigen Mittelgebirgslagen, wo es immer noch frostig ist, wo die Kaltluft noch nicht ausgeräumt ist. Da kann es dann vor allen Dingen auch in den Nacht- und Morgenstunden mal zu glätte, durchgefrierenden Regen oder auch Schnee kommen. Ansonsten sehen wir diese nasskalte Geschichte, die Plusgrade Richtung Nordseeküste sogar 5 oder 6 Grad. Anders sieht es im Süden aus. Hier hält sich wahrscheinlich noch weiterhin das trockene Wetter. Wiederum unten in den Tälern, in den Niederungen. Teils zäher Nebel, das sich vielleicht auch gar nicht auflöst. Gerade wieder so Bodensee, Oberrhein. Aber auch Donau könnte ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht gar nichts wird mit Sonnenschein. Ansonsten Fortsetzung des sonnigen Wetters. Vor allen Dingen in den höheren Lagen im Schwarzbald, im Alpen. Da gibt es weiterhin sonniges Winterwetter. Ja, wir blicken dann in die nächste Woche. Da wollte ich euch mal eine Animation zeigen, ja, mit der hochreichenden Kaltluft, Polarluft, die uns erreicht. Am Montag nämlich ein richtiger Trog, der dann durchschwenkt. Und wir sehen das hier, die Temperatur, ähnlich habe ich gestern schon mal gezeigt, in 5 Kilometer, 5,5 Kilometer Höhe. Wir sehen diese minus 40 Grad, diese Kaltluft, polare Kaltluft, die von Skandinavien, vom Nordmeer her, dann einmal über uns, vor allen Dingen über den Norden des Landes hinweg schwenkt. Und das labellisiert die Luftmasse und sorgt dann am Montag auch für richtig, ja, turbulentes Wetter mit kräftigem Wind, kräftigen Schneeschauern, durchaus auch bis ganz runter. Örtlich kann auch mal dann vorübergehend der Schnee liegen bleiben. Graupelgewitter können dabei sein, das vor allen Dingen dann im Norden des Landes. Aber wir sehen schon, wir sind von dem Dauerfrost, den wir ja jetzt zuletzt hatten, entfernt. Das heißt, hier immer noch so diese nasskalte Geschichte zwischendurch, mal ein paar Auflockerungen vielleicht möglich durch diese Labellisierung. Aber insgesamt dann doch die Plusgrade und auch die Nächte nicht mehr so kalt wie zuletzt. Am Dienstag dann wahrscheinlich insgesamt ein bisschen Wetterberuhigung. Der Trog ist abgezogen, noch einzelne Schneeschauer im Norden und Osten des Landes. Sonst wahrscheinlich weitgehendes trockenes Wetter bei leichten Plusgraden. Ja, und dann wird es spannend. Dann schauen wir nämlich drauf, was sich zur Wochenmitte tut. Und da haut das GEZNBF von heute Morgen mal richtig einen raus mit einer richtig markanten Luftmassengrenze, mit einem Schneetief. Was wir uns dann mal angucken wollen. Das ist jetzt mal eine Animation aus dem ECMWF mit einem möglichen Tief, was sich so von Dienstag her von der Biskaya über Frankreich hinweg einmal über uns hinwegziehen könnte. Und das halt eine richtige Luftmassengrenze. Wir haben im Norden Europas immer noch die Kaltluft, wollen wir gleich sehen. Und dann auf der Südseite dieser Luftmassengrenze dieses Tief, sehr milde Luftmassen, die nach Norden geführt werden. Und da ist natürlich noch unsicher, ob dann wirklich dieses Tief so kommt und so zieht. Wenn es allerdings so kommen sollte, das wäre schon eine richtige Schneeladung für einige Regionen. Allerdings, wie gesagt, da gibt es noch viele, viele Fragezeichen. Morgen, übermorgen, bin ich mir fast sicher, sehen die Berechnungen schon wieder ein bisschen anders aus. Was ich euch auch mal zeigen möchte, ist die Temperaturabweichung jetzt im Vergleich zum Mittel, so Mitte nächster Woche. Da sehen wir in Nordeuropa, in Skandinavien wieder deutlich zu kalt, Nordmeer, Nordosteuropa, die deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturen. In Südeuropa dagegen deutlich zu mild, deutlich zu warm, zunächst in Südwesteuropa, später dann auch bis ins östliche Mittelmeer. Und damit diese unterschiedlichen Luftmassen, die treffen irgendwo bei uns aufeinander und entwickeln dann halt diese Luftmassengrenze. Und wo die genau verläuft, das lässt sich natürlich noch überhaupt nicht sagen. Da gibt es noch viel Spielraum, kann weiter nach Norden verlagert sein, aber auch ein bisschen weiter nach Süden. Und so möchte ich euch auch noch mal kurz die Animation des möglichen Wetters dann zur Richtung Mitte nächster Woche zeigen. Nochmal das ECMWF. Wie gesagt, eine sehr markante Lösung, bin ich noch sehr skeptisch, ob das wirklich so kommt. Aber ist auch noch lange hin, aber ich wollte es euch zumindest mal gezeigt haben. Wir sehen dann vom Dienstagmorgen, beziehungsweise zum Mittwoch hin, diese einsetzenden, kräftigen Niederschläge. Auf der kalten Nordseite nach Norden hin anhaltende Schneefälle. Dann zieht das Tief vorüber, dazwischen ein Bereich mit teilweise gefrierendem Regen, der möglich ist, auf der milderen Südseite der Regen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in Richtung Süden mal richtig milde Luft rein subbt, ist natürlich deutlich größer als nach Norden hin, wo es mitunter vielleicht sogar ganz durchgängig kalt bleiben könnte. Das mal dazu, jetzt nochmal das GFS, das auch eine ähnliche Struktur drin hat, einen ähnlichen Fahrplan drin hat. Auch das sehen wir hier, das Tief so über Frankreich liegen, noch westlich von uns. Achtet allerdings mal auf das Datum, auf den Termin. Das hat das Ganze nämlich ein bisschen später drin. Das ist die Karte jetzt für den Donnerstag. Danach würden der Mittwoch noch relativ ruhig verlaufen bei uns. Und dann zum Donnerstag würde sich diese Luftmassengrenze entwickeln, dieses Tief womöglich vorüberziehen mit kräftigen Schneefällen. Ja und so nochmal als letztes jetzt eine Karte mit den möglichen Schneehöhen zum Donnerstagmittag. Wie gesagt, da kommt das GFS dann mit dem Tief rein mit den Schneefällen. Beim GCMWF wäre das Ganze schon durch. Aber beide mit einem recht satten Schneegürtel jetzt heute mal über der Landesmitte. Gerade das GCMWF, das haut richtig einen raus. Aber wie gesagt, ob das Ganze dann so kommt, warten wir es mal ab. Das ist jetzt erstmal nur eine Berechnung. Aber auf alle Fälle, das haut jetzt nochmal an. Da ist was in Busche mit möglich kräftigen Schneefällen, die sich dann in der nächsten Woche entwickeln können. Wo das Ganze nun liegt, kann auch sein, dass das morgen schon wieder ein bisschen weiter nordlich oder ein bisschen weiter südlich liegt. Das müssen wir beobachten. Da werden wir in den nächsten Tagen natürlich weiter drauf schauen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von mir. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.